Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des MGT-Podcasts. Wir sind heute am Start und zwar mit einem ganz besonderen Thema und ihr seht es bereits im Titel. Es hat tatsächlich mal wieder was mit Fußball zu tun und zwar wie wurde ich eigentlich zum Fußballfan beziehungsweise was ist bei mir passiert, dass ich halt Fan von diesen zwei beziehungsweise von dieser einen Mannschaft im ganz besonderen bin und Sympathien für diese anderen Vereine habe. Ich werde in diesem Video genauer darauf eingehen, warum ich mich überhaupt als Sympathisant von mehreren Vereinen sehe beziehungsweise warum ich mehrere Vereine feiere und vor allem aber auch meine ganze Entwicklung mal so durchgehen. Denn im Endeffekt war ich nicht immer ein Anuka 96-Fan beziehungsweise nicht in dem Ausmaße, in dem ich es jetzt bin und das hat einen ganz bestimmten Grund beziehungsweise mehrere Gründe und die werdet ihr in diesem Video erfahren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch gewesen ist, warum seid ihr Fan von euren Lieblingsvereinen oder von eurem Lieblingsverein. Ich bin gespannt, was ihr da so in die Kommentare zu schreiben habt und natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben dalassen auf dieses Video, wenn es euch denn gefällt. Ich würde mich darüber freuen. Es ist eine großartige Unterstützung und ich denke mal, dass dieser Podcast ein bisschen länger geht, allerdings auch sehr interessant für den einen oder anderen sein könnte, denn es geht wirklich darum, dass ich heute vermitteln möchte, dass es nicht schlimm ist, Fan von mehreren Vereinen zu sein und dass man auch durchaus Fan von einem Verein sein kann, den man vielleicht selber sich mal im Stadion gesehen hat bisher. Und genau das ist halt bei mir auch der Fall, wenn man es denn so sehen möchte. Aber ganz zum Anfang möchte ich einmal noch ganz kurz sagen, es gibt eine Differenzierung in meinen Augen zwischen Fan und Sympathisant sein. Wenn du Fan bist, dann lebst du diesen Verein wirklich, dann ist es dir nicht egal, wie er spielt, dann kannst du auch eine Niederlage mal nicht so einfach verkraften beziehungsweise bist du wirklich angefressen. Also als Fan gehst du mit oder lebst du mit deinem Verein. Und deine Laune, die ändert sich auch je nachdem, wie dein Verein gerade so performt. Das ist bei mir bei Hannover 96 ganz extrem und bei einem zweiten Verein ebenfalls noch sehr, sehr ausgeprägt. Bei anderen Vereinen, mit denen ich sympathisiere oder sehr stark sympathisiere, ist das nicht so. Und dementsprechend möchte ich da gleich auch drauf eingehen, denn es hat trotzdem seine Gründe, dass ich von diesen Fans, äh, von diesen Teams, Fan in Anführungsstrichen bzw. Sympathisant bin. Aber zunächst einmal gehen wir auf die offensichtlichste Geschichte ein, und zwar, wie wurde ich Hannover 96 Fan? Normalerweise wäre ich vielleicht prädestiniert dazu, auf jeden Fall Fan von VV Hildesheim zu sein. Momentan spielen die noch in der Regionalliga, steigen aber aller Voraussicht nach ab zurück in die fünfte Liga, was auch nicht so dramatisch ist. Die waren jetzt, glaube ich, drei Jahre in der zweiten, in der vierten Liga, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber grundsätzlich ist das kein großes Drama, denn Hildesheim ist jetzt nicht unbedingt die Fußballerstadt. Wir haben andere Stärken, beispielsweise früher war es Handball, mittlerweile ist es so ein bisschen Volleyball, habe ich das Gefühl, und Fußball ist zwar hier beliebt und ist auch hier ganz groß, aber Football ist momentan trotzdem noch das, wo wir auch in der Bundesliga spielen, soweit ich mich da erinnere. Und ich denke, Fußball ist, ja, ich weiß nicht. Einfach aufgrund dessen, dass wir so viele große, beziehungsweise Bundesliga-Vereine in der direkten Umgebung haben, nicht so populär, wie es vielleicht sein könnte, wenn hier nicht so viel drumrum wäre. Aber kommen wir dazu, wie wurde ich 96 Fan? Ich bin, ehrlich gesagt, zu Beginn meiner Fußballerlaufbahn sozusagen gar kein 96 Fan gewesen, denn das erste Spiel, was ich gesehen habe, beziehungsweise das erste Mal, dass ich Fußball wirklich im Fernsehen gesehen habe, das war, als ich mit meinem Vater oder mit meinem Vater zusammen Sportschau geguckt habe. Da kam ich irgendwann abends ins Wohnzimmer und mein Vater hat Sportschau geguckt. Ich weiß nicht mal, welches Jahr das war, ich weiß nicht, welche Jahreszeit es war, ich weiß, es war dunkel draußen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich im Herbst, Winter oder Frühling gewesen sein, und nicht im Sommer, also nicht zum Start der Saison. Und mein Vater, der ist Bayern-Fan. Der ist allerdings auch schon Bayern-Fan seit Ewigkeiten, auch in den Zeiten geworden, als Bayern noch nicht so erfolgreich war. Soweit ich mich erinnere, weiß ich nicht, die 80er waren auf jeden Fall seine Zeit, wo er wirklich Bayern-Fan geworden ist. Und dementsprechend denke ich mal, dass man den definitiv nicht als Erfolgs-Fan klassifizieren kann, auch wenn mein Vater zugegebenermaßen allgemein nicht so extrem Fußball-Fan ist. Also er begeistert sich schon dafür, er guckt es mal ganz gerne, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie traurig, wenn Bayern mal verliert oder wenn 96 mal verliert. Das sind so seine beiden Vereine, einmal natürlich wegen der Regionalität hier und Bayern halt eben schon seit Ewigkeiten. Ich war dementsprechend prädestiniert dafür, Bayern-Fan zu sein, denn mein Vater ist Bayern-Fan. Das erste Spiel, was ich in der Sportschau gesehen habe, war der FC Bayern München. Wie er gewonnen hat, ich weiß allerdings nicht gegen wen. Zugegebenermaßen, ich war da aber auch erst vier oder so. Deswegen denke ich mal, geht das noch in Ordnung, dass mein Gedächtnis nicht ganz so weit zurückreicht. Mein Onkel ist ebenfalls Bayern-Fan. Auch das war ein wichtiger Aspekt, denn ich war natürlich, ich bin, muss ich dazu sagen, in meiner Familie der Zweitjüngste nach meiner Schwester und ich bin dementsprechend immer mit großen Cousins und Cousinen aufgewachsen und dementsprechend war es für mich immer so, was die feiern, ist cool. Und mein ältester Cousin, beziehungsweise nicht mein ältester Cousin, aber der, mit dem ich von den Cousins noch am meisten zuhören, der am ältesten war, der ist Bayern-Fan. Und das auch schon seit Ewigkeiten. Der ist mittlerweile auch schon 31, ich glaube 31 müsste der mittlerweile sein, oder 30, nee, er wird 31, genau. Und mein Onkel ist auch Bayern-Fan. Und dementsprechend hatte ich quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich irgendwann mal Bayern-Fan werden sollte. Ich habe auch Bayern-Trikots zum Geburtstag geschenkt bekommen und so weiter und so fort. Allerdings war Bayern halt eben nur Bayern. So kann man es halt sagen. Bayern war das große Team, wo irgendwie jedes Kind wahrscheinlich mal, wenn der Vater nicht gerade Fußballfan ist, eine gewisse Sympathie für hat. Das ist auch klar, weil als Kind fokussierst du dich hauptsächlich darauf, wer gewinnt. Und wenn eine Mannschaft gut ist, wenn eine Mannschaft oft gezeigt wird und wenn eine Mannschaft dann auch erfolgreich ist, dann bist du automatisch so, dass du sagst, finde ich gut, feiere ich, finde ich super, bin ich Fan von. Bei mir hat sich das dann aber ein bisschen anders noch eingebürgert. Denn 2002, 2003 in der Saison, da bin ich mit meinem Vater im Stadion gewesen. Ich hoffe zumindest, dass es diese Saison war. Ich bin mir aber relativ sicher. Und da hat Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Und dieses Spiel war noch auf der Baustelle HDI Arena, beziehungsweise ehemals Niedersachsenstadion, beziehungsweise auch ehemals AWD Arena. Und das war für mich das erste Mal, dass ich ins Fußballstand überhaupt gefahren bin. Ich muss dazu sagen, diese Tickets, das war eigentlich auch nur ein Zufall, dass wir die überhaupt bekommen haben, denn im Endeffekt war das mein bester Freund, der da hin wollte, aber der konnte an dem Tag nicht. Und dementsprechend bin ich da hingefahren. 33. Spieltag, 17.05.2003, also vor fast 15 Jahren. Schiedsrichter Helmut Krug, also man sieht schon, ich denke, das ist, ja, schon eine ganze Ecke her. Ja, 31.000 Zuschauer damals und ich war einer davon. Und ich wurde im Stadion natürlich angemalt hier, wie man das eben kennt, so mit 96 Logo auf der Wange, 6 Jahre alt. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt war das auch noch okay mittlerweile, weil wir das vielleicht nicht mehr machen. Ich glaube, im Stadion gibt es das mittlerweile auch gar nicht mehr im Familienbereich, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn man sich auch mal die Aufstellung damals anguckt, 96 hatte natürlich keine großartige Elf, also wo man wirklich sagen kann, boah, da waren kranke Spieler dabei. Für mich natürlich Legenden, aber für die anderen vielleicht nicht so, dass sie sagen, die könnten mit irgendwas mithalten. Gerhard Tremmel, Steven Chirandolo, okay, Chirandolo ist eine Vereinslegende, Gorge Pupescu, Vinicius Bergantin, Marc van Hintum, Altin Lala, Kostas Konstantinidis, geiler, na übrigens Chaime, Neboja Krupnikovic, Freddy Bobic und Jerzy Steiner. Der ist allerdings eine Legende. Dazu eingewechselt, Mohamedou Idrisou, Jiri Kaufmann und Carsten Linke. Also schon geniale Spiele, aber vielleicht euch nicht hundertprozentig im Begriff, mir aber auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Ich bin aber halt auch 96 Fan. Ich denke aber, dass gerade Spieler wie Idrisou oder auch Altin Lala oder auch Yeji Seiner oder Freddy Bobic jedem ein Begriff sein sollten. Bei Gladbach damals Jörg Stiel, den kennt man auch noch dazu. Bernd Korcin jetzt, keine Ahnung, wie er ausspornet wird. Marcelo Hossel-Pietsch könnte man auch noch kennen. Jeff Strasser, Sladan Asanin, Ivo Ulich, Per Kluge, Igor Demo, Morten Skubo, Michael Forsell, später auch 96er und Marcel Ketteler. Also auch die kenne ich alle noch. Max Eberl wurde damals übrigens noch eingewechselt in der 84. Minute für Laurence Aydoux. Also wirklich sehr, sehr lustig, das mal so zu sehen. Ich persönlich bin damals mit keinen Erwartungen reingegangen, weil ich nicht wusste, wie gut ist 96. Ich wusste nicht, wie gut ist Gladbach. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überhaupt stand. Ich glaube, es war nicht die Nordkurve. Ich glaube, es war ein relativ neutraler Bereich, als natürlich mit mehr 96 Fans bepackt, als mit Gladbach Fans. 96 ist relativ früh in Führung gegangen durch ein Freistoß-Tor von Nebosa Krupnikovic, hat dann allerdings relativ spät in der Mitte der zweiten Halbzeit zwei schnelle Gegentore kassiert von Michael Forsell und Sladan Asanin. So, dementsprechend sah es nicht gut aus, aber dann kam der Punkt, wo ich für mich erstmals entschieden habe, 96 wird mein Verein. Und zwar in der 90. Minute, als Hannover 96, ich meine, es war nach einem Eckball, wobei hier steht Treml. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also Treml hat den Assist gegeben und Jerzy Stein hat auf jeden Fall den Ausgleich gemacht. Ich dachte, es wäre nach einer Ecke gewesen, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. So, 90. Minute und das Heimteam macht das 2 zu 2. Damals als Aufsteiger in der Bundesliga. Ihr könnt euch dementsprechend vorstellen, was im Stadion los war. Da war ziemlich Party. Und mich hat das natürlich ziemlich beeindruckt. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, dass mir Bier in den Schuh gekippt wurde und zu Hause war es dann trocken. Ja, lustige Geschichte. Genau, da war ich dann das erste Mal so ein bisschen 96-Fan. Allerdings war Bayern trotzdem noch in meinem Hinterkopf. Und das fand beispielsweise mein Cousin, mit dem ich hier am meisten zu tun hatte, der ist 4 Jahre älter als ich, der fand das nicht so cool, weil der war nie Bayern-Fan. Also ich weiß es nicht, aber er war nie so wirklicher Bayern-Sympathisant. Und nach Saison 2002-2003 folgte er logischerweise Saison 2003-2004. Ihr erinnert euch vielleicht, gerade die Bremer von euch werden sich daran erinnern, Werder Bremen wurde damals Deutscher Meister. Und bereits zum Anfang des Jahres spielte Hannover 96 zu Hause gegen den FC Bayern München. Dieses Spiel ist 3 zu 3 ausgegangen. Das war eine unfassbare Partie und soweit ich mich daran erinnere, hatte ich an diesem Tag Geburtstag. Also auf jeden Fall waren wir bei mir im Garten, unter anderem war mein Cousin auch da. Das ist halt so, Familie, wenn man jünger ist, dann ist die ganze Familie noch da an meinem Geburtstag und dann auch die Cousins. Und ich erinnere mich, dass wir bei mir im Garten waren und dass es 3 zu 3 ausgegangen ist. Allerdings hat Bayern relativ spät, soweit ich mich daran erinnere, erst das 3 zu 3. Das war so, warte mal, stopp. 2003-2006, das war nicht auswärts. Nee, 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 nee. Das war 2003-2004 auf jeden Fall die Saison. Ich muss gerade nachgucken, dass ich das genau nachvollziehen kann. Vielleicht war es auch kein 3 zu 3, aber ich glaube schon. Das müsste normalerweise ein 3 zu 3 gewesen sein. Und zwar war das ein Heimspiel, ein 3 zu 1. Was? War das doch 2003? Vielleicht war das doch ein Jahr früher. Nee, nee, hier ist es. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, 2003-2004. Zweiter Spieltag. Hannover 6, 9 zu 2, 3, 1 geführt. Und am Ende noch in der 90. Minute durch einen direkten Freistoß von Owen Hargraves den Ausgleich kassiert. Ja, Krupnikovic und Steiner mit der Führung. Dann Ballack mit dem 2 zu 1. Thomas Christiansen mit dem 3 zu 1. Pizarro nach Vorlage von Schweinsteiger mit dem 3 zu 2. Und Owen Hargraves in der 90. mit dem Freistoß zum 3 zu 3. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich im Garten war. Und ich habe mich gefreut, als mein Vater dann gesagt hat, dass Bayern das 3 zu 3 gemacht hat. So, mein Cousin fand das nicht so gut. Ja, weil der wollte das 96 gewinnen. Der war so 96-Fan und auch Bremen Sympathisant. Einfach, weil Bremen halt der Nordklub war und der quasi Emporkömmling, der den Bayern so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat. Damals war es also wirklich, ihr seht es noch, ich war damals schon noch Bayern-Fan. Ja, das muss man ganz einfach so sagen. Ich kann nichts dafür. Ich habe es einfach in eine Wiege gelegt bekommen. Und damals war Bayern für mich noch größer als Hannover 96. Trotzdem, wenn ich im Stadion war, dann war das natürlich immer bei 96. Weil Bayern ist logischerweise zu weit weg. Ich habe bisher ein Spiel in der Allianz Arena gesehen. Und das war in der Abstiegssaison, als ich auswärts mit 96 da war. Und da war meine Liebe für Bayern auch mittlerweile schon verflogen. Und das ist zu einem gewissen Zeitpunkt passiert, zu dem ich später auch nochmal kommen werde. Ich war öfter im Stadion, gerade mit meinem Vater halt. Beispielsweise erinnere ich mich an ein Heimspiel gegen Frankfurt, wo ich da war. Wo ich sogar von Frankfurt da war. Da saß ich oben in der Nordkurve N13 oder N12. Da war ich auch schon ein bisschen älter. Da habe ich von Frankfurt-Fans in der Halbzeit einen 96-Tribur geschenkt bekommen. Weil ich denen in der ersten Halbzeit auf die Distanz immer sagen konnte, welche Spieler das waren. Beispielsweise Durichar. Ich erinnere mich an Alex Meyer. Ich erinnere mich an noch. Irgendwer war da noch. Ich glaube, es war was. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es Johannes Amanatidis war. Auf jeden Fall kannte ich das, was ich FIFA gespielt habe. Und diese Sticker-Alben gesammelt habe, kannte ich die ganzen Spieler. Und konnte denen auf die Distanz das sagen. Das waren halt so Casual-Fans. Deswegen saßen die auch in der Nordkurve. Und als Belohnung sozusagen dafür haben die mir damals ein Trikot gekauft in der Halbzeit. Was ich ziemlich cool fand. Weil wann kriegt man schon mal einfach so ein Trikot geschenkt? Anderes Spiel war 2008. Also ihr merkt, da war ich dann schon zwölf Jahre alt. Und zwar war das, oder war ich da elf? Kommt drauf an, wann ein Jahr das war. Da war ich auf jeden Fall. Das war ein Abendspiel mit meinem besten Freund, seinem Vater und meinem Vater. Und da hat dann over 96 3 zu 0 zu Hause, 4 zu 0 zu Hause gewonnen. Gegen Cottbus. Es war übrigens, ich war da noch elf. Also es war im Mai 2008. Ja, die haben da auf jeden Fall 4 zu 0 gewonnen. Nachdem sie das Hinspiel 5 zu 1 verloren haben. Dementsprechend war das ein sehr schönes Spiel. Tore von, diese Namen auch wieder vorzulesen. Von Arnold Brüchring, Jerzy Steiner. Vinicius, Bergantin und Hanno Balic. Richtig geil. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich erinnere mich auch an nicht so schöne Spiele. Beispielsweise ein 2 zu 2 gegen Augsburg. Das war dann schon, da war ich 15 oder sowas. Da haben wir in der 90. Minute durch einen geschundenen Foul-Elfmeter, soweit ich mich erinnere, von Marcel und Ceng noch den Ausgleich bekommen. Ich erinnere mich an ein Unentschieden gegen Duisburg, wo wir früh durch Michael Delura in Führung gegangen sind. Da hat Abdelaziz, ein Handpfuff, den Ausgleich gemacht. Und wir haben auch noch einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, es war irgendwer, der gerade erst eingewechselt wurde, hat selber geschossen. Das war ganz, ganz doof. Ich weiß nicht, Bredaric. Bin mir hundertprozentig sicher. Ja, aber ihr seht schon, ich habe alles mit 96 durchgemacht. Mal Niederlagen, mal Sieger. Aber meistens haben wir gewonnen. Also ich habe wirklich selten verloren zu dieser Zeit, wenn ich denn mal im Stadion war. Und ich war natürlich ab und zu mal beim Training beispielsweise, oder bei den Autogrammstunden. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich mal dem Kollegen Thomas Brodaric irgendwann mal gesagt habe, dass er mein Vorbild wäre. Und das war also zu dieser Zeit so, dass ich mich immer mehr für 96 oder zu 96 hin entwickelt habe. Richtig extrem wurde es dann relativ spät erst. Und zwar zu einem Spiel, wo quasi meine beiden Lieben gegeneinander gespielt haben. Der FC Bayern war zu Gast in Hannover. Und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Denn ich war mit meinem Vater im Stadion, und zwar dem Bayern-Fan, aber der natürlich auch Sympathie für 96 hat, und zwar VIP. Mein Vater hat damals für eine Firma gearbeitet, mit der er ab und zu mit Kunden ins Stadion gegangen ist. Und an dem Tag ist ein Kunde abgesprungen und er konnte spontan immer mitnehmen und hat mich mitgenommen. Ist ja relativ logisch. So, und dieses Spiel war für mich also die Entscheidung. Wer wird mein Verein? Also welcher Verein wird mein Verein? Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich hatte 96 wieder den Vorteil. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie Heimspiel hatten. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. Denn ich saß da VIP. Und relativ früh, das war übrigens die Saison unter Louis van Gaal, ist Hannover 96 in Führung gegangen. Und sie haben das Spiel tatsächlich auch gewonnen. Durch ein Freistoß-Tor von Sabolc Husti. Damals natürlich schon eine ziemliche 96-Legende zu dem Zeitpunkt. Einfach ein genialer Spieler. Aber dadurch hat er sich natürlich noch mehr zu Legende gemacht. Das war auch relativ früh in der Saison. Ne, relativ spät in der Saison. Ne, es war früh in der Saison. Ich weiß nicht, welcher Spieltag es war, aber es war relativ früh in der Saison. Und, warte, steht das hier irgendwo? 27. September. Ja, relativ früh. Ich glaube so sechster Spieltag. Ja, sechster Spieltag war es. Dass 96 ein Sieg gegen Bayern einfährt, war zu dem Zeitpunkt definitiv unerwartet. Die hatten auch bis dahin nur vier Punkte aus den ersten fünf Spielen. Also lief nicht so super. Aber dann eben der Freistoß von Husti zum 1-0. Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was damals für ein Kader bei Bayern war. Rensing, Demikeles, Lahm, Lell, Breno, Borowski, Ottel, Sosa, Bommel. Also Fannbommel, Klose, Luca Toni, Lukas Podolski eingewechselt, Ribéry eingewechselt, Massimo Oddo eingewechselt. Das sind nicht die Krim, der Krim, die da gespielt hat, aber trotzdem waren es bessere Spiele als bei 96. Mit Enke, Rest in Peace, Bergantin, Cerundolo, Frank Farenhorst, Konstantin Rausch, Christian Schulz, Hanno Balic, Sabol, Tusti, Jerzy, Steiner, Mikael Fossel und Jan Schlaudraff eingewechselt, Garit Hahn, Krebs, Altin Lala und Mike Hanke. Also ihr seht, ja, es war übrigens unter Jürgen Klinsmann, Entschuldigung, nicht unter Van Rahl. Weil vielleicht hätte man da durchaus gewinnen können als Bayern, aber haben sie nicht. Und nachdem 96 das Freistoßtor gemacht hat, hat Bayern logischerweise gepresst, also richtig Druck ausgeübt und versucht irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Allerdings haben sie es nicht geschafft und ich habe gemerkt, ich habe mit 96 mitgefiebert. Ich wollte das 96-Spiel gewinnen. Und 96 hat dieses Spiel gewonnen und dementsprechend war für mich danach klar, alles klar, Hannover 96 ist mein Verein und seit diesem Tag ist 96 meine Nummer 1. Ich habe immer noch dezente, latente Sympathien für Bayern. Ja, liegt ganz einfach daran, dass mein Vater Bayern-Fan ist und dass sie halt einfach schön Fußball spielen. Aber ich bin trotzdem kein Bayern-Fan mehr. Ich lebe mich trotzdem auf, wenn sie bevorteilig werden von Videoassistenten. Und ja, also Fan bin ich definitiv nicht mehr, Sympathisant eigentlich auch nicht mehr, aber ich sage mal so, ich hasse sie nicht. Ich mag sie beispielsweise lieber als Dortmund. So, Dortmund war ich nie Fan von. Eigentlich auch komisch, weil mein Cousin und mein anderer Onkel, die, äh, anderer Cousin, anderer Onkel, die wohnen in der Nähe von Dortmund, die waren auch immer Dortmund-Fans. Aber dafür konnte ich mich nie begeistern. Ich habe keine Ahnung, warum, aber Dortmund war nie mein Verein, auch nicht in den Meisterjahren und so weiter. Ich wollte mich nie von beeinflussen lassen. Ich mochte Dortmund noch nie sonderlich. Das wird sich auch nie ändern, glaube ich. Weil ist halt einfach nicht mein Verein. Ich hasse die Dortmunder nicht, ich mag sie aber auch nicht und so ist es mit den meisten Vereinen der Bundesliga, ja. Wenn sie schön Fußball spielen, ist das klasse, wenn sie geniale Spieler haben, wie Us oder wie Sancho jetzt, ist das super. Oder Pulisic, ist das klasse. Aber nichtsdestotrotz werde ich die nie richtig feiern. Und Bayern habe ich zumindest mal gefeiert. Schade über mein Haupt, aber ich denke mal, als kleines Kind ist das auch noch okay. Und, äh, aufgrund dessen, wie ich dazu gekommen bin, ist es, denke ich mal, auch nicht so dramatisch. So, ähm, ja. Wie machen wir weiter? So bin ich 96-Fan geworden und jetzt kommen wir aber dazu, ich habe ja gesagt, das war meine Entwicklung, aber das war nicht das Ende der Entwicklung, denn ab diesem Zeitpunkt ging es steil bergauf. Ich wurde immer mehr 96-Fan. Meine Liebe für 96 hat sich immer weiterentwickelt, ja. Also, es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich gehe ab und zu mal ins Stadion. Nein, 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 nein. Ich habe wirklich jedes einzelne Spiel geguckt und ich habe richtig mitgefiebert. Ich erinnere mich, wie ich in mich zusammengebrochen bin. Ja gut, als Enkel gestorben ist, das ist klar, aber wir hatten danach, ähm, natürlich die Euroleague-Saison. Ja, also das war natürlich genial. Ich weiß noch ganz genau, wie ich ausgerastet bin, als wir gegen Sevilla zu Hause durch Landschlaut auch zweimal in Führung gegangen sind. Das war genial. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich mitgefiebert habe im Rückspiel, als Moabdellauer das Tor geschossen hat. Ich erinnere mich an die zweite, äh, Europasaison. Ich erinnere mich an das Tor von Stindl. Ich erinnere mich an so viele Sachen, die wunderschön waren. Ich erinnere mich aber auch an schlechte Sachen, beziehungsweise an traurige Sachen, beispielsweise, als die Heimserie geendet ist. Wir haben Ewigkeiten zu Hause nicht verloren und haben wir zu Hause verloren gegen Borussia Mönchengladbach. Und die haben getroffen durch Juan Arango, das weiß ich noch ganz genau. Ich kann mich erinnern, wie wir gegen Bremen damals verloren haben in der 90. Minute, als Sakai noch ein Longshot-Tor gemacht, ähm, was man niemals erwartet hat und dann trotzdem noch ganz, ganz spät verloren. Wie ich mich da geärgert habe, ja. Also, ich kann mich noch an so viele negative Sachen erinnern, aber auch an ganz, ganz viele positive. Und natürlich habe ich dann mich irgendwann entschlossen, okay, alles klar, ich bin jetzt alt genug, ich kann jetzt immer ins Stadion fahren, ich hole mir eine Dauerkarte. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ob ich 17 war, ob das das Jahr war, also als ich gerade 17 geworden bin oder als ich gerade 18 geworden bin. Ich glaube, es war, als ich gerade 17 geworden bin. Hm. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, müsste, ja, genau, als ich gerade 17 geworden bin, war das. Ähm, da habe ich mir das einfach eine Dauerkarte geholt, in N5 und bin damals ins Stadion gegangen. Also, ich war immer, ich war bei jedem Spiel da, so ist es nicht, aber es war jetzt nicht so, dass ich auswärts gefahren bin, großartig. Dann allerdings kam Ron dazu und dann hat sich Ron eine Dauerkarte besorgt, in N5. So, dementsprechend bin ich mit Ron ins Stadion gegangen und dann hat sich auch diese Affinität für Auswärtsspiele das erste Mal so ein bisschen entwickelt. Ja, also es war das Jahr, als wir nicht abgestiegen sind. Da war ich nicht oft auswärts, halt vor allem im Norden, aber ich war beispielsweise auch in Frankfurt auswärts, als wir 2-2 gespielt haben, nach 0-2 zur Halbzeit. Ähm, ich war schon ein paar Mal auswärts, aber danach kam das krasse Jahr und zwar das Abstiegsjahr und da war ich wirklich relativ oft auswärts. Also, ich war nicht in Hoffenheim beispielsweise, ich war nicht in Gladbach, aber ich war die ersten Spiele fast überall. Ich war in Mainz, ich war nicht in Hamburg tatsächlich, weil da hatte ich dann doch was vor an dem Tag. Ich war in Bremen, ich war, ich weiß gar nicht, wie man da war, ich war auch in München am letzten Spieltag. Ähm, ich war nicht in Stuttgart. Ich war, ach, fragt mich nicht, ich war auf jeden Fall relativ oft auswärts und auch im Pokal. Ja, in Darmstadt war das zweite Spiel, das erste war in Kassel, genau. Und das war eine sehr coole Saison auf jeden Fall, eine sehr coole Zeit, leider ist auch eine sehr teure Zeit und das war auch der Grund, warum ich es im Jahr danach nicht mehr so gemacht habe, auswärts zu fahren. Einfach auch, weil die zweite Liga mich nicht so gecatcht hat. Ich war in Düsseldorf auswärts, ich war in Würzburg auswärts und ich weiß gar nicht, wo ich noch war, in Braunschweig natürlich, aber ich weiß nicht, ich glaube, das waren sogar die einzigen drei Auswärtsspiele, wo ich war. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, kann doch sein, dass es auch irgendwo anders war, aber, nee, Stuttgart war ich in der Abstiegssaison sogar. Klar, Stuttgart war ich in der Abstiegssaison auswärts, ich war in der Zweitliga-Saison nicht auswärts in Stuttgart. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon, da ist es wieder so ein bisschen runtergegangen mit den Auswärtsfahrten und dieses Jahr war ich, glaube ich, nicht einmal auswärts. Ich kann mich zumindest nicht, ach nee, ich war ja auch in England, ich war nicht einmal auswärts und das finde ich auch ehrlich gesagt nicht schlimm, denn meine Liebe zum Stadion hat sich allgemein so ein bisschen verändert. Natürlich liegt das daran, dass die Stimmung schlechter ist, ich mache keine Stadion-Vlogs mehr, was seine Gründe hat, ich bin kein großer Fan von den Ultras und ja, allgemein finde ich diese Stimmung im Stadion, die geht mir auf den Sack, weil es wird die ganze Zeit nur rumgehalte, die ganze Zeit nur rumgeflamte, nicht gegen gegnerische Spieler, sondern gegen die eigenen Spieler und das finde ich immer scheiße. So, dementsprechend war für mich irgendwann klar, gut, alles klar, du fährst nicht mehr auswärts und jetzt hat sich für mich rauskristallisiert, ich fahre auch nicht mehr heim, denn ich werde meine Dauerkarte nicht verlängern, das war jetzt das vierte Jahr, in dem ich selten im Stadion war, weil ich in England war und für mich ist es jetzt gut, ich brauche das Stadion nicht mehr, ich setze mich lieber zu Hause hin und gucke die Konferenz und gucke mit Freunden und so weiter und so fort, weil ich auch nicht immer Zeit habe, ins Stadion zu fahren, ich werde jetzt am Sommer anfangen zu arbeiten und am Wochenende möchte ich dann auch Zeit mit meiner Freundin verbringen beispielsweise und nicht immer ins Stadion fahren, das ist einfach, es lohnt sich für mich nicht, zumal ich ja immer den Aufwand habe, eine halbe Stunde erstmal hinfahren zu müssen, eine halbe Stunde zurückfahren zu müssen, eine Stunde eher und ja, dazu kommt halt, dass wir sowieso nicht so erfolgreich im Fußball spielen, die Stimmung im Verein ist nicht so gut, es lohnt sich für mich nicht, ich habe da keine Lust mehr drauf und dementsprechend werde ich es nie machen, die einen oder anderen werden jetzt sagen, du bist kein richtiger Fan, doch bin ich, aber für mich, mich catcht das Stadion einfach nicht mehr, mich catcht die Atmosphäre nicht mehr, klar werde ich ab und zu mal hinfahren, aber dann werde ich mich wahrscheinlich auch nicht in die Nordkurve stellen, sondern irgendwo in Osten oder in den Westen setzen, einfach weil ich auch Fußball sehen möchte, ich gehe ins Stadion nicht wegen der Atmosphäre, ich gehe ins Stadion, um meine Mannschaft spielen zu sehen, das kann man in der Nordkurve, das kann man besser von anderen Positionen aus, klar sind die Tickets auch teurer, aber ich denke mal, dass ich, wenn ich ins Stadion gehen werde, nächstes Jahr eher in diese Richtung gehen werde, mal sehen. So, das ist im Endeffekt die 96 Story bei mir, aber ich habe ja bereits am Anfang gesagt, es gibt natürlich noch eine zweite Seite der Medaille und diese zweite Seite der Medaille sind die anderen Vereine, mit denen ich sympathisiere und da gehen wir erstmal auf den ersten und auf den krasses Nein, bei dem ich noch am ehesten sagen würde, dass ich Fan von diesem Verein bin und das ist, Traumme will bitte, Real Madrid. So, natürlich ein Verein, der hier in Deutschland sehr beliebt ist, gerade bei der ausländischen Bevölkerung oder bei der Bevölkerung mit ausländischem Hintergrund, aber auch nicht so beliebt ist bei anderen. Allgemein ist es ja so, entweder man mag Barcelona oder man mag Real, es gibt ganz wenige, die gar keinen von beiden mögen, aber normalerweise hat man eine Tendenz, entweder zum einen oder zum anderen Klub. In Deutschland ist Real, so gefühlt bei den Deutschen, nicht so beliebt. Natürlich hatten sie die letzten beiden Jahre jetzt Glück gegen Bayern, mal mit Schiedsrichter, mal mit Unfähigkeit von Bayern und so weiter und so fort, aber auch so ist, auch wegen Ronaldo, weil der ja in den Medien nicht so beliebt ist, wie beispielsweise ein Messi, Real immer so ein bisschen das schwarze Schaf. Allerdings war das für mich nie irgendwas, was mich aufgehalten hat. Ihr wisst ja, ich bin eher Fan von Sachen oder von Leuten, die nicht so viele Fans haben, also ich bin Anti-Mainstream. Ich habe immer Balotelli gefeiert, beispielsweise, egal was gekommen ist und ja, ich feiere auch 96, ich habe auch nichts gegen Martin Kind. Ich bin Fan von Jonatas, immer noch. Ich war immer Fan von Christian Banda, auch wenn dem auch nicht so viele dahergelaufen sind. Ihr merkt, das ist bei mir so in der DNA und dementsprechend feiere ich auch Ronaldo über alles und Real Madrid. Allerdings hat das nicht mit Ronaldo angefangen. Es war eher ein schmückendes Beiwerk, denn als Ronaldo bei Man United war, mochte ich Man United nicht. Ich mochte aber Ronaldo, das war für mich ein Gewissenskonflikt. Seit der EM 2004 mochte ich Ronaldo ich weiß gar nicht, ob er da schon bei Real war, ich meine nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber seit dem Zeitpunkt mochte ich auf jeden Fall Cristiano Ronaldo oder deswegen, wegen der EM mochte ich Cristiano Ronaldo. Dummerweise hat er dann halt eben ja, noch gespielt bei Man United, die ich noch nie mochte, muss ich dazu sagen. Aber dann ist er Gott sei Dank gewechselt und zwar, er hat damals schon bei Man United gespielt, genau. 2009 gewechselt zu Real Madrid und da hat meine Affinität für ihn noch mehr angefangen, seitdem feiere ich ihn noch mehr. Real mochte ich allerdings schon vorher und das hat angefangen 2002, ja, also sehr, sehr früh. Sechs Jahre war ich damals alt und jetzt könnt ihr alle mal raten, woran es denn lag oder woran es denn gelegen haben könnte, dass ich im Endeffekt ähm, Fan geworden bin von Real. So, hab darüber nachgedacht, ich glaube schon und zwar hat Ronaldo damals Brasilien zum WM-Titel geschossen. So, normalerweise jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, oh krass, deswegen werde ich Brasilien-Fan oder so, weil das war ja gegen Deutschland, aber ich war beeindruckt von Ronaldo und hab mich so ein bisschen mehr versucht oder hab mich ein bisschen mehr über den informiert. Bravo Sport regelt zu dem Zeitpunkt noch. Hab dann rausgefunden, okay, alles klar, der geht zu Real Madrid. Wer ist denn Real Madrid? So, und Real Madrid 2004 war, äh, 2002 war brutal. Also wirklich brutal. Das war eine Mannschaft, die hatte so viele geniale Spieler, unter anderem halt beispielsweise Ronaldo. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob damals Luis Figo da gespielt hat, aber ich glaube schon. Also das war, das, boah, das war eine unfassbare Mannschaft. Ja, natürlich beispielsweise mit San Ica im Tor, mit Zidane, dem für mich besten Spieler aller Zeiten, Saigado, Roberto Carlos und jetzt hab ich die Seite auf, jetzt hat sie geladen, Gott sei Dank. Auch Gott sei Dank, die haben alle da gespielt, das ist gut, ich war mir nicht wundertprozentig sicher. Ähm, Fernando Hierro damals noch, Ivan Heguera, Raúl natürlich, gut, Steve McManaman, das war jetzt nicht unbedingt einer, Fernando Morientes beispielsweise noch, Esteban Cambiasso zu den, Claudio Makelele, das waren schon sehr geniale Spieler, ja, und dementsprechend hat sich da so meine Liebe für Real Madrid ein bisschen entwickelt. Das ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar, beziehungsweise in Ordnung. Ja, ich hab die natürlich nicht hundertprozentig verfolgt zu dem Zeitpunkt, ich konnte die nicht verfolgen, ich war sechs Jahre alt, wie soll das gehen? Aber ich wusste, dass sie immerhin die La Liga gewonnen haben, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie in der Saison gegen Bayern gespielt haben in der Champions League, aber ich glaube schon. Und das hab ich auch mitbekommen, und damals war ich natürlich noch für Bayern, aber das war trotzdem ziemlich cool, ja, und, haben die gegen Bayern gespielt? Ich guck kurz nach. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Steht hier auch nicht, ey. Okay, keine Ahnung, ob sie gegen Bayern gespielt haben da, aber ich meine, in der Saison haben sie irgendwann gegen Bayern gespielt. Vielleicht war es auch noch eine Freundschaftspiel oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, habe ich da so meine Affinität für Real entwickelt. Und je älter ich wurde, je mehr Möglichkeiten ich hatte, je mehr Internet ich hatte, je mehr FIFA ich hatte, ja, also FIFA 2004, hat's bei mir angefangen, ne, das war ja die Saison 2003, 2004, desto mehr wurde ich Real-Fan. Du warst ja einfach Fan vom besten Team, und damals war Real das krankste Team. UEFA Champions League 2004, 2005, weiß ich auch noch das Spiel, unglaublich genial, auf dem PC habe ich das damals gespielt, auch damals Real, unfassbare Truppe, ja, und so hat es jetzt immer weiterentwickelt. Und dementsprechend bin ich schon seit Ewigkeiten Real-Fan und definitiv kein Erfolgsfan, wegen der Champions League oder sowas. Diese Affinität hat sich dann weiter gesteigert, und gesteigert, und gesteigert, und ich war noch nie im Stadion, ich war noch nie in der Stadt Madrid. Aber das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Wenn ich irgendwo hinfahre, also was heißt auswärts, wenn ich irgendwo hinfahren will, in ein anderes Land und Fußball gucken will, dann ist es definitiv Madrid. Ich glaube auch, dass diese Liebe so extrem stark ist, weil es ein spanisches Team ist. Ich liebe die spanische Kultur, ich liebe die spanische Sprache, und einfach, keine Ahnung, deswegen ist es glaube ich so, dass es mein zweiter Verein schon immer gewesen ist. Natürlich haben sie auch Erfolg, gerade international, sie spielen halt Champions League immer weit, man kann die Spiele gucken, jetzt auf der Sound sowieso, aber das war immer so, keine Ahnung, wenn du ein Verein gucken kannst, weil er international erfolgreich spielt und oft gezeigt wird, dann gerade als junger Mensch hast du logischerweise mehr Chancen, eine Affinität zu diesem Verein zu entwickeln und sowas bei mir in Madrid. Und über die Jahre hinweg wurde es halt immer stärker. Ja, ich erinnere mich beispielsweise an das Decima, ich weiß gar nicht, ob es das Decima war, gegen Atletico mit dem Kopfball von Ramos in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Das habe ich mit Tobi, Ron und Jan zusammen noch geguckt, das weiß ich auch noch ganz genau. Da war ich schon da war ich schon over the moon, ja, da war also, das heißt überglücklich für alle, die kein Englisch können. Damals war ich schon Real-Fanatiker, ja, also ich bin eher, ich bin Fan von Real-Fanatiker von 96, so kann man es sagen, ich war Fan von Real. So, das hat sich logischerweise nicht mehr zurückentwickelt, weil, wieso auch? Die spielen erfolgreichen Fußball, die spielen geilen Fußball, die werden gehatet und das passt alles für mich zusammen. So, das ist also der Weg, wie ich Real-Fan geworden bin. Jetzt fragt man sich, gut, aber du magst ja noch so viele andere Vereine, das geht ja gar nicht, so ein Erfolgs-Fan. Wie kann man denn von so vielen Vereinen Fan sein? Mi, 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 mi. Wie gesagt, ich bin Fanatiker von 96, Fan von Real und der Rest, das sind Sympathien. Ich gucke halt nun mal Fußball überall auf der Welt und ich habe halt nun mal überall auf der Welt logischerweise auch ein Team, mit dem ich sympathisiere. Oft sind das Teams, die erfolgreich sind, wie beispielsweise PSG, aber PSG ist nicht mal zwingend meine Nummer, ah doch, ist schon die Nummer 1, aber nicht zwingend die, das liegt übrigens an Ibra, also es lag an Ibra, als Ibra da hingewechselt ist, war ich dann PSG-Sympathisant, also logischerweise, weil dann wurden sie auch richtig erfolgreich, aber trotzdem ist in Frankreich immer noch Nizza so ein bisschen bei mir weiter oben, nicht weil Nizza erfolgreich war, Nizza ehrlich gesagt auch erst seit letzter Saison, aber weil Balotelli da spielt, ihr merkt, Frankreich ist mir relativ egal, das kann man einfach so sagen. Aber da gibt es ja noch andere Länder, beispielsweise, also Spanien haben wir logischerweise abgehandelt, da mag ich auch Valencia sehr gerne, das liegt aber, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt, ich habe keine Ahnung, aber ich mochte Valencia schon immer irgendwie wegen den Fledermäusen, die waren ja auch früher mal international erfolgreicher, als sie jetzt sind, Valencia war schon immer ein cooles Team, in Italien ist es der AC Mailand, so, auch da fragt man sich, wieso das denn, ja auch da so ein bisschen wegen Ibra, aber früher war, Mailand war früher halt einfach brutal, ja, die hatten beispielsweise einen Crespo, die hatten beispielsweise einen Shevchenko, die hatten einen KK, die hatten Ronaldinho, die hatten ja alles, die hatten ja jeden genialen Spieler, Maldini, Nesta, das war ja brutal, so, und dementsprechend mochte ich immer Mila, dazu diese, ja, Freundschaft ist es nicht wirklich, aber diese kollegiale Verbundenheit zu Alex Pato, der auch noch YouTube-Videos macht, der ja auch, Milan, hört man ja auch am Namen, Alex Pato, er heißt ja nicht wirklich Alex Pato, aber Alex Pato halt eben, zu dem, deswegen ist meine Freundschaft oder meine Sympathie für Milan immer noch mehr gestiegen, und, ja, deswegen, also Milan ist der Verein in Italien für mich, und den supporte ich halt auch, und ich finde es halt geil, wenn die gewinnen, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, boah, nee, wenn sie verlieren, ist mir der Tag jetzt gelaufen, so ist es nicht, aber ich gucke mir die Spiele gerne an, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, und wenn ich irgendwie ein Spiel in Italien gucke, dann gucke ich immer darauf, wie ist das für Milan, oder was hat das für Milan für Auswirkungen, ist halt einfach so, so, bevor wir zu England kommen, weil da gibt es zwei Vereine, gehen wir nochmal die anderen Ligen so durch, in der Türkei habe ich absolut keine Präferenz, also von den drei Top-Vereinen, was halt Galatasaray, Fenerbahce und Bejiktas sind, ist es Bejiktas, ich weiß aber auch nicht warum, wahrscheinlich wegen Fareschma, habe ich aber nicht wirklich einen Grund für, also das verfolge ich auch nicht wirklich, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal, genauso wie die anderen osteuropäischen Ligen, genauso wie die niederländische Liga, die belgische Liga, die russische Liga, und alle möglichen Ligen, die sind mir relativ, also da interessiert mich nicht wirklich für. Amerika, also die MLS, da habe ich noch einen Verein, und zwar New England Revolution, ich mag auch Sporting Kansas City, das liegt daran, als ich in Finnland war, hatte ich einen Kollegen da, der auch da war in diesem Camp, und der kam aus Kansas, und der hat mir damals, ja, von seinem Verein, also von Kansas City, so eine Anstecknadel geschenkt, und deswegen habe ich mich dann ein bisschen mit denen auseinandergesetzt, und mochte halt, oder habe dann ab dem Zeitpunkt Kansas City verfolgt, aber, ich weiß nicht warum, für mich war immer New England Revolution, der Verein, und das hat auch, oder, ich sag mal so, ich mag die Stadt Boston einfach extrem gerne, also im Endeffekt lässt sich sowohl meine Affinität für die Patriots, als auch meine Affinität für New England Revolution auf John Cena zurückführen, und damit auf Wrestling, denn John Cena kommt, wer das nicht weiß, aus West Newbury, Massachusetts, was ist die Hauptstadt von Massachusetts? Boston, so, ich habe mich einfach mit dem Stab Massachusetts auseinandergesetzt, früher, 2000, was weiß ich, 2006 oder so, als ich John Cena Fan war, richtiger Fan, so, und dementsprechend Boston, so, Boston, New England, so, auf jeden Fall, muss ich kurz Pause machen, weil es an der Tür geklopft hat, Boston war halt immer meine Affinität, und dementsprechend halt New England, logischerweise, weil das sind halt da oben, oder ist halt da oben so der Verein, ne, und, ja, ergibt für mich eine Menge Sinn, oder hat damals eine Menge Sinn ergeben, als ich dann angefangen habe, die MLS ein bisschen zu verfolgen, das war aber relativ spät, das war 2012 oder so, keine Ahnung, und damals habe ich auch angefangen, die Patriots zu feiern, beziehungsweise, weil ich, im Endeffekt war das der Grund, weil ich New England Revolution gefeiert habe, habe ich angefangen, die Patriots zu feiern, so, das war nicht irgendwie Erfolgsbild, ich hatte keine Ahnung von Football, aber, ich habe mir einfach, ich habe irgendwann den Super Bowl geguckt, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, da waren auf jeden Fall nicht die Patriots drin, und danach habe ich mir gedacht, okay, du guckst jetzt mehr NFL, du findest das geil, beziehungsweise verfolgst das ein bisschen so, aber welches Team magst du denn gerne, so, und da war es halt einfach relativ easy, weil ich mochte New England Revolution, logischerweise, dann auch New England Patriots, so, also das ist meine Erklärung, für diese beiden Vereine, falls ihr euch das mal gefragt habt, nein, ich war schon, also gut, Erfolg hatten die Patriots auch damals schon, aber ich wusste davon nichts, ich hatte keine Ahnung, ich habe mir einfach nur die Städte angeguckt, und habe geschlossen, okay, das ist jetzt mein Verein, natürlich praktisch, dass sie Erfolg haben, ähm, ja, so, jetzt kommen wir zum letzten Land, beziehungsweise zur letzten Liga sozusagen, und zwar zur Premier League, und zu England damit verbunden, denn, da ist es ja wie gesagt so, ich mag United nicht, warum mag ich United, also, daraus hat sich eigentlich alles entwickelt, ich mochte United noch nie, ich mochte, ich, keine Ahnung, vielleicht wegen Champions League, ich kann es euch nicht erklären, ich mochte United, noch nie, jedes Mal, wenn ich United gesehen habe, fand ich die unsympathisch, als kleines Kind, ja, also als junger Fußballfan, vielleicht, ich weiß, vielleicht wegen dem damals gegen Bayern, wegen dem Champions League Finale, ja, wegen dem 90. Minute Debakel mit Ole Gunnar Solskjaer damals noch, kann sein, dass es deswegen war, kein Plan, ich mochte United noch nie, logische Konsequenz, ich mochte City, ich wusste damals nicht, dass City so schlecht war, ja, also, was heißt so schlecht, aber, ich wusste, dass in Manchester gibt es einen zweiten Klub, ich habe damals die Premier League auch nicht verfolgt, wie soll das auch gehen mit sechs Jahren, oder sieben Jahren, ja, ging nicht, aber ich wusste, es gibt einen zweiten Klub da, also der heißt Manchester City, dementsprechend magst du Manchester City mehr, so, ich wusste auch, dass Man United der Posh Club in England ist, also der Posh Club in Manchester, und dass Manchester City eher so der Arbeitsklassenklub ist, so, das kann man ja auch relativ einfach rausfinden, und dementsprechend war für mich Manchester City geboren, ich habe die aber nie wirklich verfolgt, ich habe immer nur gewusst, okay, ich mag Manchester City lieber als Manchester United, als ich dann alt genug war und angefangen habe, richtig Fußball zu gucken, ist dummerweise oder praktischerweise gerade die Zeit gewesen, als City den Aufschwung hatte und die Scheichs da waren, als Robinho da war, als Joe da war, als De Jong da war und so weiter und so fort, ja, das war die Zeit, als ich angefangen habe City zu feiern, also, was heißt City zu feiern, also wirklich zu feiern, ich mochte sie vorher, einfach weil ich United nicht mochte, aber da hat es angefangen, als ich die gefeiert habe, so, so hat sich meine Liebe zu City entwickelt, und die ist halt der dem auch gewachsen, weil ich halt mit der Zeit immer älter geworden bin, immer mehr verfolgen konnte und immer mehr, ja, halt einfach, es ist logisch, dass ich das entwickle, wenn man einen Verein mag und der wird besser und entwickelt sich und spielt auch noch geilen Fußball, dann ist es logisch, dass man das auch immer weiter verfolgt, immer weiter feiert, so, mein zweiter Verein in England, das wissen auch die meisten, ist Newcastle, das hat ehrlich gesagt, absolut keinen Grund, ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat, ich habe auf YouTube oder für YouTube ein Team gesucht, mit dem Karrieremodus machen kann, rausgekommen ist Newcastle, weil mittelgroßer Verein, so, deswegen habe ich da mit denen gespielt, fand die nice, habe mich mit denen beschäftigt, ich habe gesehen, das ist ein geiler Verein, und bin Sympathisant von denen geworden, wenn City gegen Newcastle spielen würde, wäre ich trotzdem für City, aber ich mag Newcastle mega gerne, ich habe ja auch da in der Nähe studiert, ich war da im Stadion, ich weiß wie die Fans ticken, ich weiß wie die Region ist, das ist wirklich wie Dresden, also so kann man es vergleichen, die Fans sind krank, die gehen komplett mit, die lieben diesen Verein über alles, ich meine, die waren immer ausverkauft, glaube ich sogar in der zweiten Liga, und die haben ein riesen Stadion, das ist ein Jameses Park, der ist wirklich nicht klein, und wenn man noch einmal erzählt, dass das St. Jameses Park heißt, dem klatsche ich eine, das heißt St. Jameses Park, weil das ist, da gibt es einen Akzent hinter dem S, bei James, so, und das ist Possession S, deswegen ist es Jameses Park, weil man Jameses nicht sprechen kann, deswegen ist es ein Jameses Park, mein Gott, wie oft mir das schon geschrieben wurde, das heißt nicht St. Jameses Park, das heißt auch gar kein zweites ES, naja, egal, deswegen auf jeden Fall die Affinität für Newcastle, und die hat sich halt immer so ein bisschen weiterentwickelt, ja, und so bin ich Fußballfan geworden, das sind halt meine Vereine, die ich gerne mag, so, wenn ich irgendwie holländischen Fußball gucke, ist mir ehrlich gesagt komplett egal, wer gewinnt, ja, wenn irgendwie Ajax gegen Wien spielt, bin ich meistens für Ajax, weil ich weiß, die haben geile Spieler, wenn PSW gegen irgendwen spielt, bin ich meistens für PSW, wenn Ajax gegen PSW spielt, bin ich für Ajax, warum, keine Ahnung, aber man hat doch einfach seine Sympathien, und deswegen lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr Fan von mehreren, oder Sympathisanten von mehreren Vereinen seid, wenn ihr gerne Fußball guckt, wenn ihr sagt, ja, das ist mein Team in England, das ist mein Team da und da, oder selbst wenn ihr in Deutschland verschiedene Vereine habt, die ihr sympathisch findet, dann macht das, zieht das durch, und lasst euch nicht von irgendjemandem unterreden, ja, ich mag auch Köln beispielsweise gerne, weil mein bester Freund Köln Fan ist, das ist doch ein guter Grund, so, nächstes Jahr spielen die zweite Liga, dann kann ich doch Köln supporten in der zweiten Liga, solange 690 in einer anderen Liga spielt, umso besser, wenn 690 gegen Köln spielt, bin ich trotzdem für 690, ist doch logisch, so, das ist, ja, meine Meinung zu dem ganzen Thema, meine Geschichte vom Fan sein, ich bin gespannt auf eure, schreibt mir die in die Kommentare, das war's von diesem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen, wenn ja, das auf jeden Fall, einen Daumen nach oben da, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag, passt dabei auf, bis dann, macht's gut, haut rein, und ciao, und ciao, und ciao.